Vanessa Blank Sauna als ob ich Vanessa Blank Sauna immer mal eingegeben habe sagen wir mal im Podcast Englisch habe ich immer mal Vanessa Blank Sauna eingeben ja so sieht es aus aus der Nummer komme ich eh nicht mehr raus scheiß drauf genau und zwar geht es um dieses Video wo anscheinend ich und Martin irgendwie drin vorkommen keine Ahnung um dieses Video geht es wir gucken uns das im Windows Media Player an weil da wohl Stellen drin vorkommen die ein bisschen problematisch sein könnten und deswegen hat Max vom Live Kanal also Max und Anders machen ja den Live Kanal die haben auch zum Beispiel bei der DSÜ waren die dabei und so weiter und kennt ihr auch schon ein bisschen genau und die haben wohl brisante Stellen rausgeschnitten oder gepixelt oder wie auch immer dass wir halt kein Problem kriegen deswegen nicht wundern dass wir das ganze nicht auf YouTube gucken sondern hier in so einem extra Clip okay ich bin gespannt was da los ist also hier steht ja auch Vanessa zieht Blank censored haben sie es genannt da ich in diesem Video mit dem ein oder anderen abrechnen möchte meinen sie damit jetzt Person Alter ich bin schon wieder gespannt es wird schon wieder krass glaube ich und es bewusst etwas provokativer gedreht wurde kennzeichne ich diesen Spot als FSK 18 okay let's go alter ich sag's euch ganz ehrlich ich lebe in Deutschland und nicht im Irak ich habe diese Freiheit dass ich rumlaufen kann wie ich möchte und ich werde mir diese Freiheit auch nicht nehmen lassen für Geld mache ich alles oder clickbait pur mehr clickbait geht nicht herzlich willkommen zurück ich bin die Vanessa Blank und heute ist der Name Programm Vanessa zieht Blank Digga das ist jetzt die zensierte Version aber es verstört mich gerade etwas ist sie da jetzt in der Originalversion nackt drunter oder was? Lul okay Eigentlich wollte ich mich ja heute ganz provokativ für euch im Schulmädchen Outfit präsentieren wilde Zensur Max auch wie man richtig wild zensiert einfach so ein riesen schwarzer Punkt drüber geil oder vielleicht alternativ das kurze schwarze nein Spaß beiseite auch wenn ich ganz gern provoziere und stichle das ist natürlich ironisch gemeint der Hintergrund dieses Videos ist ein ernster deswegen ganz klassisch im waldgrünen Outfit wenn ein Fritz Meineke, Ed Stafford, Survival Martin und 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 ey erstmal Ehre dass ich mit Martin zusammen einfach in der Liste mit Ed Stafford auftauche das ist einfach so Welten dazwischen ja okay sich auszieht in einem Video oberkörperfrei irgendwas arbeitet nackt oder halbnackt in einen Fluss oder See springt sich eine Outdoor-Sauna baut und da drin flaniert ist es vollkommen normal vollkommen legitim absolut in Ordnung warum weil es Männer sind wenn das aber eine Vanessa Blanc macht dann ja dann dann ist der Aufschrei groß eins vorweg um das also vorab erstmal ähm ja okay pass auf wie fangen wir jetzt an mit der ganzen Geschichte ich glaube ich weiß ein bisschen worauf sie hinaus möchte das Video geht natürlich noch einige Minuten ähm also ja gebe ich ihr auf jeden Fall recht ne im Sinne von also ich bin sowieso äh dafür Mann, Frau, ey kann jeder machen was er will so wenn äh ich keine Ahnung nackig irgendwo reinspringe und das bei mir zensiert ist man sieht ja nichts äh weil ich irgendwo baden gehe dann äh ja why not ey kann man machen alles gut ähm wir machen es mal so ich kann ja mal eine Sache jetzt von mir aus ansprechen was ich glaube war wo das Problem der Zuschauer liegt oder einiger Zuschauer ich meine mir ist das vollkommen Latte ey ganz ehrlich mach Videos wie du Bock hast mach Thumbnails und Titels wie du Bock hast mir ist das völlig egal so hauptsächlich hat Spaß dabei ich glaube aber ähm dass es um was anderes geht und zwar so ich glaube das Problem was Zuschauer haben ist folgendes ist nicht der Fakt an sich dass sie zum Beispiel nackig mal schwimmen geht und das zeigt oder dass sie weiß ich saunamäßig sich damit zeigt sondern folgender und vielleicht ihr könnt gleich mal eure eigene Meinung dazu sagen dann gehen wir ein bisschen weiter wird es meine Sauna Vanessa Blank Sauna ok da haben wir es da haben wir es pass auf und zwar folgende Situation ich glaube der Unterschied ist dass zum Beispiel bei meinen beiden Sauna Videos steht halt hier 4 Tage Biwak in Schweden Buschka kochen Sauna Overnighter 4 Tage Biwak Schwitzhütte selber bauen so und jetzt guckt euch mal die beiden Thumbnails an und auch die Titel drauf an da ist das Thema Sauna und Schwitzhütte im Titel zu sehen aber ähm hier ist quasi ich zeig mich hier nicht irgendwie in der Sauna nackig und sonst im Video ja ich glaube das ist das was den meisten Zuschauer aufstößt dass bei Vanessa das halt als Trigger gesetzt wird ja ähm dass hier zum Beispiel Sauna Zelt selbst Sauna Zau Pfff Sauna Zelt selbst gebaut einfaches DIY Projekt da ist halt nicht Vanessa draußen neben ihrer Sauna zu sehen wie zum Beispiel bei den Naturensöhn oder neben dem Zelt oder irgendwas sondern es ist halt ganz klar ähm schon provokant fotografiert im Sinne von ne ich glaube das ist halt der Unterschied es geht nicht um den Fakt an sich des Sauna Zeltes sondern um den Fakt wie es präsentiert wird so genauso wie hier mit die ich glaube der der riesen Unterschied wo die Leute das Problem haben ist nicht der Fakt dass es im Video vorkommt und gemacht wird sondern dass das Ganze ähm als Thumbnail benutzt wird und um dadurch das Gefühl kommt okay sie versucht über die Thumbnails Aufmerksamkeit zu generieren damit das Video geklickt wird wisst ihr was ich meine? ich glaube in dem Moment wenn sie quasi das nicht im Thumbnail drin hätte wärs äh wär kein Problem ich glaube das ist das Haupt das Hauptproblem der Leute ist wie gesagt nicht von mir mir ist es scheiß egal du kannst aber machen was du willst äh ähm so aber ich glaube da haben die meisten Leute das Problem dass es im Thumbnail zu sehen ist und dadurch das äh suggeriert wird ey pass auf hier ja bestes Beispiel jetzt können wir ja wieder auf mich drauf gehen ich glaube vergleichbar und das dann nehme ich mich jetzt nicht außen vor ist ähm ich zeig's jetzt hier mal ich zeig's jetzt hier mal auf Twitch grad nicht ähm aber mein Video und mein Thumbnail vom Grubenhaus Video als ich bei Naturensöhne war könnt ihr euch erinnern? wisst ihr welches Thumbnail ich meine? wo ich quasi so da stehe und mir hier diesen diesen Holzschild hin mache die Nummer die Nummer ist damit vergleichbar dass du halt versuchst oder dass man halt versucht oder sagt ey pass auf diesen Nacktheits Trigger den könnte ich doch eigentlich bei einem Thumbnail nutzen um darüber Aufmerksamkeit zu generieren und ich sag's euch ganz ehrlich das Video ist demonetarisiert und gelb wegen dem Thumbnail und weil ich das doch im Video drin habe ähm also ich hab krieg da quasi eh nichts für ähm aber es hat funktioniert ich hab das das Video ist anfangs voll reingeknallt und äh es funktioniert ich glaube halt auch dass es bei Vanessa funktioniert ähm und wenn man halt jetzt bei ihr aufm Kanal rauf geht auf Videos geht äh auf Sortierung geht und auf größte Beliebtheit geht naja dann ist halt ohne Bekleidung im Schlafsack wo man sie in Unterwäsche sieht äh dann gibt's ein Video das heißt Vanessa Solo Tour und da ist man jetzt nicht mit einem Buschkraft Rucksack zu sehen sondern quasi nackt aber hier abgeschnitten so das nächste ist Wildcampen und anstatt quasi ein normales Bild zu haben wie man im Schlafsack ist wie man am Feuer ist sieht man sie halt von hinten wo man ihren Arsch komplett sieht und ich glaube das ist das Hauptproblem was die Leute haben sieben sehen ich blende das jetzt gerade extra mit Absicht nicht ein weil ich nicht weiß wie inwieweit Twitch damit Probleme hat ähm ich glaube das ist das Hauptproblem es geht glaube ich hauptsächlich um die Thumbnails und das dadurch quasi ja also Outdoor Hygiene was kann Bio Seife naja und dann sieht man Vanessa halt komplett nackt von hinten im Thumbnail Sommer Buschkraft am Bachlager 2.0 und es wird posiert in Unterwäsche im Thumbnail ich glaube ich glaube das ist das Problem was manche Zuschauer haben und deswegen komische Kommentare schreiben weil darüber halt das Gefühl kommt ey okay das wird extra im Thumbnail gemacht um darüber Aufmerksamkeit zu generieren bevor wir jetzt das Video weiter gucken das war gerade meine Einschätzung mit der ich mich versucht habe in die Lage der Zuschauer zu versetzen die Vanessa oder dich Vanessa persönlich angreifen mir persönlich ist es vollkommen Latte mich stört das nicht ey jeder der das machen möchte kann es machen wenn es funktioniert ey ist doch scheißegal jeder will Bock hat aber ich kann mir wie gesagt vorstellen dass das den Leuten aufstößt die da halt immer so komisch drüber reden so gehen wir zurück ins Video jetzt habe ich mir aber hier richtig mundfusselig geredet über eine Vanessa Blank macht dann ja dann dann ist der Aufschrei groß eins vorweg um das gleich mal klar zu stellen ich ihr könnt gerne auch ein bisschen hier im Chat was dazu schreiben ich werde noch ein bisschen gucken dass ich da vielleicht mal drauf eingehe vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung keine Ahnung völlig okay Nacktheit für Klicks feier ich machen sie im Fernsehen ja auch aber drüber rum stressen nö ich persönlich finde das vollkommen in Ordnung ich bin da total tolerant das ist für mich absolut legitim wenn sich jemand halbnackt im Internet zeigt insofern er sich selbst Leute Onlyfans für Vanessa Blank vielleicht das wärs oder das wärs Freunde Vanessa sieht das vielleicht irgendwann die Reaction hier und wird sich jetzt fragen Onlyfans was ist das keine Ahnung wovon redet Fritz schon wieder aber das wärs doch eigentlich oder das wärs doch das wärs doch als Erklärung das ist so eine Seite wo man quasi exklusiven Content für Zuschauer hochladen kann was das für Content ist bestimmt jeder selbst damit wohl fühlt habe ich überhaupt kein Problem damit natürlich ist alles auch bei Männern zu gewissem Teil Clickbait aber mir persönlich ist weil es gerade anspricht die Grubenhausgeschichte von mir mit dem nackten Bild und der Holzscheibe vorm Dödel 100% Clickbait ja weil ich einfach weil ich einfach Bock drauf hatte weil ich mir gedacht okay ich bin bei den Naturensünden was mach ich für ein Bild ich könnte wieder ein normales Bild machen ey weißt du was ich hab grad richtig Bock ich stell mich einfach mal nackig mit der Holzscheibe davor einfach weil ich es lustig fand sag ich euch ganz ehrlich einfach weil ich es mal ausprobieren wollte weil ich es lustig fand ist es Clickbait ja das ist absolut egal also das können sie alle machen alles zeigen ähm warum nicht also der ein oder andere schaut sich das dann bestimmt gerne an mir geht es aber darum warum es nicht in Ordnung ist wenn ich das mach ich finde es persönlich völlig in Ordnung wenn Vanessa das macht vielleicht freuen wir uns manche freuen sich da ja vielleicht auch rüber vielleicht ist es ja auch nur 10% der Leute die sagt ey Vanessa das ist scheiße und 90% sagt hm da gehen wir heute aber mal rein ins neue Video ja dann gucken wir mal was hier los ist wenn ich ein Video ein Foto oder ähnliches im Netz sehe das mir persönlich nicht gefällt dann klicke ich einfach weg also ich verschwende da gar keine Zeit dass ich demjenigen irgendeinen blöden Kommentar hinterlasse also wenn ich was zu sagen habe dann mache ich das sachlich und konstruktiv und dann lasse ich es aber auch gut sein ich persönlich würde niemals auf die Idee kommen dass ich jemanden verletze oder irgendwelche Hasskommentare schreibe ab und wann sieht man mich in meinen Videos leicht bekleidet wenn ich in einen Bach springe wenn ich in Unterwäsche im Schlafsack schlafe bei meiner Outdoor-Sauna also immer wieder kommt es vor dass man bei mir mal mehr mal weniger nackte Haut sieht aber natürlich nie vollkommen offen es ist immer verpixelt immer verdeckt es gibt eigentlich überhaupt ja würde ja auch gar nicht anders funktionieren wenn du dich komplett offen zeigst und das große V machst würde ja YouTube sagen und Tschüssikowski kein Grund sich aufzuregen und der Großteil von meinen Zuschauern der findet das auch okay so ist alles in einem normalen Bereich toleriert das natürlich bekommt man auch das ein oder andere Lob brauche ich jetzt an dieser Stelle nicht kleinreden aber es gibt doch immer wieder Quedulanten denen das einfach nicht passt dass ich und die wird es auch immer geben mich ab und wann ein bisschen freizügiger zeige und nein das ist kein Erklärvideo ich möchte kein Statement dazu abgeben es ist ein Abrechnungsvideo ich werde auch in Zukunft das eine oder andere Mal leicht bekleidet in einem Video zu sehen sein ich werde verpixelt aber nackt in Seen und Flüsse reinhüpfen ich werde go forward was auch immer ich lasse mich nicht verbiegen ich werde mich nicht verstehen jetzt für noch mehr Nacktheit bei Vanessa Blank oder jetzt erst recht stellen das wird auch weiterhin ein Teil von mir sein warum natürlich ist an dieser Stelle nicht klein zu reden dass Videos dieser Art mehr Klicks bekommen klar also so Limmich da wird der ein oder andere Euro noch mal mehr verdient so Clickbait ist natürlich ein Thema und ich rede auch gar nicht um den heißen Brei rum es ist so diese Videos generieren mehr Aufrufe das ist aber nicht der Grund warum ich das mache der Grund ist ein ganz ein anderer weil ich da Bock drauf hab wie auf dem Dodge Pickup Truck denke ich mal kommt jetzt die Line für mich ist das eine Lebensart eine Lebenseinstellung und ja auch ganz generell eine Sache der Freiheit ich mach's weil ich es mag und weil ich es kann im Freibad zeige ich mich auch Leute, ihr schreibt schon eine Scheiße in den Chat viel zu geil auch im Bikini da sehen mich auch Leute im Bikini und sogar diese Leute sehen dann sogar noch mehr weil da ist ja kein Pixel um mich rum es gibt deswegen auch nicht mehr oder weniger Haut zu sehen und für mich ist das vollkommen normal warum sollte ich mich nicht so zeigen können wie ich bin warum dieses Body Shaming warum muss man sich komplett verhüllen ich sag's euch ganz ehrlich ich lebe in Deutschland und nicht im Irak ich habe diese Freiheit dass ich rum Irak Beispiel mhm ok ja mhm umlaufen kann wie ich möchte und ich werde mir diese Freiheit auch nicht nehmen lassen ein ganz witziges im Chat kein Typ hat da was dagegen Beispiel das ich an dieser Stelle mal erzählen möchte oh jetzt letzten Winter als alles noch normal war war ich eines Abends in der Sauna und in der Sauna ist man ja nackt eh das ist ja ekelhaft ja und wie es der Zufall will hat mich einer meiner Zuschauer oder zumindest jemand der mich kennt in der Sauna erkannt und angesprochen nice stell dir mal vor das passiert dir im Zwinger Club stell dir mal vor und dann kommt jemand ey sorry will dich gar nicht stören aber können wir gleich noch einen Pick machen oder so ich glaub ich glaub diesen Mann war das unangenehmer ihm war es unangenehmer als mir hä warte mal ganz kurz hat der Typ sie jetzt angesprochen woher weiß sie denn warte mal hab ich grad was verpasst warte mal warte mal ich glaub diesen Mann war das oder zumindest jemand der mich kennt in der Sauna erkannt und angesprochen also dass du jemanden erkennst ist ja klar so aber würdet jetzt mal Frage an den Chat würdet ihr die Person dann ansprechen stellt ihr vor ihr seid jetzt quasi normaler Zuschauer bestes Standbild übrigens gerade oder stellt euch vor ihr seid normaler Zuschauer und da seid ihr jetzt als Typ einfach so nackt am Start und dann ist da keine Ahnung ne ich nenn jetzt einfach keinen Namen irgendeine Creatorin die ja würdet ihr die ansprechen wir sagen ey hier sag mal bist du hier nicht die ne bist du hier nicht die Vanessa Blanc geile Videos das macht doch keiner oder hä lol mit 30 cm ja mir wärs peinlich Secret Fotos lol klar wenn du nackt wärst würde ich dich noch 100 mal mehr ansprechen lol ich stell mir das grad vor weil ich mir grad überlegt habe okay die Situation passiert ey ist mir bestimmt auch schon passiert ich war auch schon auf deiner Sauna vielleicht waren er auch Zuschauer so ich glaube aber wenn du als Typ nen Typ ansprichst ist auch nochmal was anderes oder als Mädel aber wenn ich als Typ jetzt seine Creatorin erkenne ja gut ich bin ja auch Creator wenn ich jetzt eine Creatorin erkenne ja kommt drauf an wer das wäre ne würde ich dir auch ansprechen schwierig ich glaub diesem Mann war das unangenehmer ihm war es unangenehmer als mir weil ich ihn da jetzt nackt gesehen habe als dass er sagen könnte oh ich würde so reingehen Vanessa ich bin's ich habe bei Vanessa Blanc nackt gesehen nice erstmals er hätte direkt ein Statement Video machen müssen ich habe Vanessa Blanc nackt gesehen für mich ist Nacktheit generell oder auch Haut zeigen ne arschgeile Nummer ja was das ist richtig verwurzelt in mir das ist Normalität und diese Normalität werde ich mir von niemanden nehmen lassen wie beim Hund erstmal vor Freude mit dem Schwanz wedeln ich habe den Anspruch an mich dass ich mit jedem meiner Videos etwas vermitteln möchte ich möchte Wissen vermitteln ich möchte dass der Zuschauer nicht nur unterhalten wird sondern dass er auch wenn er das Video gesehen hat etwas gelernt hat diesen Aspekt verdrängen oder vergessen oder erwähnen viele einfach nicht wenn ich Dinge über mich lese dann werde ich halt ganz oft nur auf diese Themen reduziert so à la die Vanessa Blanc ja die kann nix anderes als sich auszuziehen oder aber wo liest sie das denn liest sie das in ihren eigenen Kommentaren oder wo liest sie das also ich zum Beispiel ich guck nie jetzt irgendwie es gibt ja auch so Leute ich weiß nicht ob sie das macht die dann so anfangen in so Facebook Gruppen sowas sich reinzuziehen und zu gucken wer da wo wie schreiben also mir ist das vollkommen Latte so wenn ich mal in die YouTube Kommentare durch gucke und ich sehe da irgendwer macht da Hackmeck ja zack Bann weg so ja wenn sich hier irgendwer im Chat nicht benimmt weil er irgendwie meint irgendwas dummes zu schreiben zack weg ich weiß gar also keine Ahnung du bist ja also man ist irgendwie auch ein bisschen selber schuld in gewissen Punkten wie sehr man das quasi auch zulässt also in dem Moment ich weiß jetzt nicht auf Vanessa bezogen keine Ahnung wie sie das macht aber wenn du natürlich anfängst danach zu gucken und zu suchen und zu konsumieren und sowas bei dir sind nur die Männer wegen der nackten Haut pipapo also lauter solche Sachen muss ich lesen und also ihr glaubt gar nicht wie bösartig manche Menschen sein können was ich schon Kommentare bekommen habe ja scheiß drauf direkt Bann weg ähm wie ich brauche mich nicht wundern wenn ich eines Tages vergewaltigt werde so wie ich rumlaufe oder wie ich mich präsentiere ähm also bei solchen Kommentaren da kann ich mir echt nur an den Kopf fassen das sind genau solche Leute die dann sagen ähm die junge Frau hat es nicht anders verdient dass sie auf dem Oktoberfest vergewaltigt worden ist weil sie hat ein zu kurzes Kleid an na gut das ist ja eine Bullshit Aussage also ob die Kleidung oder die Art wie man gekleidet ist irgendeine Einladung dazu ist dass man ähm übergriffig wird also für solche Leute habe ich echt nur Verachtung übrig ja natürlich das ja aber wieso ich dieses Video jetzt eigentlich mache ich möchte euch was sagen nämlich okay dass ich mich in Zukunft auf solche Art äh Diskussion gar nicht mehr einlassen werde ich aber dazu brauche ich doch kein Video machen das ist doch eine Selbstverständlichkeit sich auf so Leute einzulassen ist doch völliger Bullshit ich werde auf solche blöden gehässigen Kommentare nicht mehr eingehen und ich muss euch ganz ehrlich sagen hä hat sie bisher ist sie darauf eingegangen oder was hat sie dann noch hat sie dann noch angefangen mit denen da rum zu diskutieren in den Kommentaren Leute ne oder am Anfang als ich meine YouTube Karriere wenn man das so nennen kann gestartet habe da habe ich mir Kritik sehr zu Herzen genommen und alles auf die Goldwaage gelegt inzwischen habe ich mir echt ein hartes ähm ja ein Fell wachsen lassen das prallt größtenteils einfach an mir ab und es ist mir scheißegal wenn mich jemand auf mein Äußerliches reduziert Fischer 153 schreibt sie hat den Körper dazu sich zu zeigen ich weiß was du meinst aber im Endeffekt das geht ja das könnte jetzt jemand anders schon wieder äh äh das Wort im Mund rumdrehen so nach dem Motto ach und wenn man nicht den Körper dazu hat dann darf man sich nicht zeigen oder was ne ey ganz ehrlich jedem Kind sein Luftballon wenn jemand da Bock drauf hat wie auf dem Dodge Pickup Truck let's go solche Leute brauche ich auf meinem Kanal nicht und solche Leute werden in Zukunft auch gnadenlos gekickt Kommentare gelöscht und verbannt vom Kanal na klar ja aber normal da braucht man kein Video zu machen das ist das ist quasi wie das Grundgesetz in der Outdoor YouTuber Szene gibt es eine Person die in der Vergangenheit richtig viel Kritik einstecken musste aber sich überhaupt nicht von seinem Weg abbringen hat lassen und trotzdem genau sein Ding, sein Stil weiter durchgezogen hat und das finde ich ähm so genial dass ich das an dieser Stelle mal kurz erwähnen und erläutern möchte es handelt sich um Benjamin Klausner viele von euch kennen ihn bestimmt ist auch ein großer Outdoor YouTuber der Benjamin hat ähm viele verschiedene Outdoor Videos gemacht zu verschiedenen Spaten, Kochen, Lagern also alles was mit dem Outdoor Leben zu tun gehabt hat und hat sich da wirklich einen Namen gemacht und ähm hat dann aber angefangen sein Leben zu ändern also er ist Veganer geworden und wollte auch auf seinem YouTube-Kanal hauptsächlich Videos über seine vegane Lebensweise zeigen diesen Schritt hat der Benjamin dann auch in einem Video auf seinem Kanal publik ja gut das ist jetzt hier dieses ganze andere Thema mit Benjamin und so weiter ähm ja wissen wir alle Hashtag MangoEagle mitgemacht hat ganz offen klar gesagt es wird in Zukunft auf meinem Kanal in eine andere Richtung gehen und ähm und ähm ein Satz der dann wirklich ja richtig Öl ins Feuer gebracht hat war ähm er hat das Video beendet mit wem das nicht passt der kann hier unten auf den Deabonnieren-Button klicken braucht sich auf meinem Kanal nie wieder blicken lassen und Tschüssle und also für das also für das muss ich ihn wirklich in den Himmel hoch jubeln ja gehe ich mit ähm ist doch völlig okay jedem gehört der Kanal selbst jeder kann entscheiden was er damit macht aber was man bei diesem Beispiel natürlich auch nicht vergessen darf der gute Benjamin hat halt auch keine Videos mehr gemacht dann ne also ähm da kamen halt dann 3 MangoEagle Videos ähm die Leute haben es halt tot gehatet und dann kam auch nichts mehr so dann wurde irgendwie ein neuer Kanal gemacht dann gab es nochmal 2 Warner Videos und dann war es das halt auch so also da Benjamin macht ja keinen veganen Kanal so das war mal ne Projektidee und die ist dann nach glaube ich 2-3 Videos nagelt mich nicht drauf fest wie vieles genau war aber das Ding ist ja quasi dann gegen die Wand gefahren oder nicht mehr weitergeführt worden keinen Bock mehr gehabt was auch immer Tschüssle von der Community weil ich ich mag Menschen die zum einen klar ihre Meinung äußern können ihren eigenen Willen ihren eigenen Weg haben und sich auch davon nicht abbringen lassen und das so klar zu sagen und auch damit rechnen zu müssen dass man viele Abonnenten verliert und er hat richtig viele Abonnenten verloren also davor echt Hut ab ähm ganz ganz tolle Leistung man muss einfach sich durchboxen und auch ganz klar sagen was man möchte was man nicht möchte ja ja also ich verstehe und weiß worauf es hinaus will für mich hinkt das Beispiel halt ein bisschen weil er es ja dann nicht durchgezogen hat er hat wollte er diesen Switch machen so hin und her dann daraufhin hat er diesen Switch gemacht dann wurden die Videos aber wieder offline genommen dann hat er teilweise wieder alte Videos hochgeladen also das das war ja kein das war ja alles ein schwammiges komisches hin und her und da war nichts mit okay ich zieh das jetzt doch durch und scheiß drauf was ihr alle macht ähm deswegen finde ich hinkt das Beispiel jetzt ein bisschen was nichts gegen Benjamin sein soll ist ein korrekter Ehrenbruder äh der Herr Clausener ja und ich hoffe es geht ihm gut in der Sonne und ähm seinen Weg gehen und sich von Neidern, Hassern und Kritikern nicht vom Weg abbringen lassen wenn man diesen Akt dieses Prozedere aus geschäftlicher Sicht betrachtet dann war das natürlich schon ein naja ich möchte nicht sagen ein Griff ins Klo aber es war ein dramatischer Einschnitt weil er hat wirklich unglaublich viele Abonnenten verloren aber menschlich aus menschlicher Sicht gesehen hat der Benjamin nicht nur das was sich andere nur ausmalen wie ihre Zukunft aussehen könnte genau das macht er und das ich werde das genauso handhaben wie der Benjamin ich werde mich auch nicht von meinem Weg abbringen lassen ich werde mich von Neidern Leuten bei mir auf meinem Kanal auch keine Plattform mehr bieten wenn jemand das machen möchte bin ich absolut kein Problem damit wenn jemand oberkörperfrei an seinem Schelter baut und die Muckis spielen lässt Eggmans Tim oder nackt in einen Bach reinhüpft oder ähnlich da sehe ich mich ich will nämlich den Aal fangen und du musst den Aal manchmal auch mit dem Aal anlocken das sollen andere auch clickbait betreiben ich kann das ganze mit einem schmunzeln abtun und für mich ist das vollkommen legitim jeder kann sich so zeigen wie er möchte und inzwischen habe ich ja da eine richtige leck mich am Arsch ein ja gut das zieht sich jetzt alles ein bisschen hin ähm wir haben ja grob darüber gesprochen ich habe auch gerade nochmal am Anfang grob gesagt wo ich glaube dass die meisten heute das Problem haben und zwar bei diesem Thema clickbait dass das halt als Aufhänger genommen wird in Thumbnail gepackt wird und quasi mit dieser Nacktheit im Thumbnail versucht wird ähm Aufmerksamkeit zu ziehen das funktioniert auch kann auch jeder machen wie er lustig ist ähm die Tee zu den Themen hat es ja auch gepasst wenn du das dich mit dem Thema Outdoor Seife oder Outdoor Hygiene beschäftigst ey dann passt es doch wenn du eine Outdoor Sauna baust und dann nackig reingehst passt es doch auch ja äh John M. Kate brrrr Dankeschön für die 1000 Bits ja schaut auf jeden Fall gerne bei Vanessa Blank vorbei auf dem Kanal wenn euch äh die ganzen Themen interessieren und wer weiß vielleicht kommt demnächst wieder bald äh ein kleines nackener Video dann 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 dann